Hallo Leute, hier ist ihr Full of Games bei einer weiteren Pokémon, äh, ja, Alph-Sophia-Randomizer-Naslog-Episode und wir haben ein neues Pokémon dabei, das gute Latios, ja, mit Lärmschutz, Säurepans, Alkohol, Bütze, Luftschirn und Quetschgriff und mal sehen, wie wir uns damit schlagen werden, ähm, ich war jetzt erstmal ein paar Minuten, hab mir die Musik mal mit, weil ich mag, wie viel Musik eigentlich ist, einer meiner Lieblings, ja, ich mag die Musik einfach so, wir fahren einfach nach Grafitport und ich weiß nicht, die Höhenteile sind einfach meine Lieblingsteile, einfach weil es auch meine ersten waren, da spielt auf jeden Fall eine Menge Nostalgie mit und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich mag sie einfach. Ach ja, und dann nach Grafitport City mit uns und, ja, da sind wir auch schon. Ahoi, wir haben in Grafitport City angelegt, jetzt kannst du Captain Brick die Deonbahn bringen, das ist doch schön, machen wir das nochmal und wir sind hier am Strand und eine Sache, ähm, ja, die ich machen wollte, weil es dann doch was zu einfach wurde, der EP-Teiler ist aus. Uh, erstmal können wir aber mal angeln, warte mal, ah, er sieht hier was, aha, ja, wegen Witz, okay. Und mal sehen, vielleicht können wir hier ein neues Pokémon angeln und mal gucken, was das sein wird und, na, zu spät angezogen, ja, da habe ich leider noch ein klein wenig, ähm, ja, Mist gebaut, aber jetzt, ja, jetzt finden wir ein Pokémon und mal sehen, was für einen Pokémon wir finden werden. Wir finden ein, ein Tauboga, das ist cool und das möchte ich haben. So ein kleines Bird Jesus, oh, mit der Feenauer, wenn es jetzt Mondgewalt hätte, dann, hm, nicht schlecht. Ähm, ich überlege gerade, mit was ich das angreifen kann. Ich denke, wenn ich mit Daniel einen Luftschund einsetze, sollte das ihm leben und da kann ich mal einen Ball werfen. Ähm, ich habe jetzt natürlich Silver nicht dabei, mein Fanggüttel hier, aber das braucht schon Dimensionsloch. Warte, warte, warte. Nee, das ist die Psychoattacke. Ich habe gerade schon gedacht, das wäre die Unichtattacke von Hoopa, aber das ist ziemlich cool. Ich glaube, das sei ein kleines Hoopa mit der 4 Euro, so zwei legendäre Puppen und einen Tauboga vereint, aber es lebt, okay. Das ist der zweite Dimensionsloch ein, das heißt, ich werfe jetzt gleich einfach mal einen Superball und hoffe, das Ding zu fangen. Oder habe ich noch einen anderen Statusmove drauf? Ich habe hier keinen Statusmove drauf, vielleicht irgendwo auf einem anderen Pokémon-Moment. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, ich meine, irgendwas hatte vielleicht... Ähm, nee, hat es nicht. Ich hatte gedacht, irgendwas hätte vielleicht den Giftbick oder sowas, aber nein, hat es nicht. Ich werfe jetzt einfach mal einen Superball. Und hoffentlich können wir das Tauboga fangen, das wäre natürlich richtig cool. Ähm, und ich wollte auch, ja, eins, zwei, drei, perfekt. Wir haben einen Tauboga gefangen und ich habe mir gedacht, also, da wir Trigifano leider nicht fangen konnten, habe ich mich erst nur zurückgehalten mit dem Nicknamen, aber das passt schon. Ähm, ich werde es den Charoost nennen, weil Charoost hat, äh, eine Heidenarbeit quasi geleistet für... ...die Siedleinemarsan-Naslog, äh, die Funnets hat er gemacht und, äh, das Layout und deswegen verdient er definitiv einen, ja... Platz als Pokémon und deswegen herzlichen Glückwunsch, Charoost. Du bist ein Tauboga, außer, außer ich habe jetzt einen schönen Pokémon auf ihn benannt. Dann habe ich das vergessen, aber gut. Charoost ist ein Tauboga und es wurde in Box 1 geschickt. Perfekt. Kann sich auch nur entwickeln, das heißt, wir können nochmal rausfinden, was das Ding noch so hat, aber... ...die kämen wir jetzt erstmal hier gegen den Trainer. Ich packe mal Latios hier, äh, an den ersten Platzen. Sollte das passen, dann werden wir mal den ersten Trainer hier besiegen. Ich kann mir helfen auf der ganzen weiten Welt, aber Gravitport City hat den schönsten von allen. Och, das ist doch nett. Oh, es ist aber eine Dame, ach, Entschuldigung. Entschuldigung, Madam. Das konnte ich doch nicht, ah, mit einem Zubat. Ja gut, das sollte Daniel easy handeln können. Letzt auch mal Luftschneiden... Oh, es ist aber Lend 15, aber trotzdem, das sollte uns nicht killen können. Ähm, ja, warum wir missen. Überschneiden, aber wir haben den Lärmschutz. Oh mein Gott, das ist cool. Das ist überschneiden, aber der Lärmschutz. Och, der Luftschneiden misst schon wieder. Aber er setzt weiterhin Überschackknall ein, also Daniel hat wirklich die beste Fähigkeit im Moment. Aber so ein X-Bud mit Überschackknall wäre nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, gut, wir tueten ihn und wir flenschen jetzt. Ja, das war, äh, das war Gerechtigkeit und jetzt treffen wir nochmal. Oh, genau. Und das Zubat geht down. Okay. Daniel kriegt wieder einen Kill. Perfekt, perfekt, perfekt. Muss auch ein bisschen mehr Erfahrung bekommen. Ähm, aber das sollte hin und du bist die Beste. Oh, ja, stimmt, bin ich ja sogar. Ähm, okay, hier sind Wingulls. Danke, dass du mich darauf hinweist. Was ist hier? Ähm, okay. Hier mal mit einem Reim. Ich meine, warum auch nicht? Bei einem Bergsteiger? Habe ich einen Durst? Ich hätte Lust auf einen Sprudel im Strandhaus. Dann hole ich einen Sprudel im Strandhaus. Wir haben übrigens mal nachgesehen. Und Sprudel ist... Nee, warte. Ich glaube, das Hafenwasser ist billiger und das ist dann, ja, seltsam, warum die Leute was anderes überhaupt nehmen als das. Aber gut, ich glaube, wir sind mit Daniel, ja, hoffnungslos an der Level. Das heißt, wir gehen nochmal an Luca. Wir sollten auf jeden Fall einen Hit tanken können. Und dann können wir das Polygon Z ausschalten mit dem Donnerzahn, würde ich sagen. Aber mal sehen, was er einsetzen wird. Er hat das Zauberblatt. Ja, ja, gut, das habe ich gepredikt. Oh, zwei KP-Schaden. Das hat wehgetan, das hat wehgetan. Gut, Donnerzahn. Und wir machen, denke ich mal, einen guten Schaden. Wir haben hier dran, den guten Physik... Oh. Oh nein, 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 nein. Hehe. Ja, gut. Das ist nervig. Das werden wir jetzt die ganze Zeit Milch getränkt. Und, naja, wenn wir die Para bekommen und den Flinch, ist das gar nicht mehr so schlecht. Und wir bekommen die Para-perfekten. Jetzt können wir eben quasi Para-Flinch mit Donnerzahn. Also passt das doch. Ähm, ja, diese Evil-Strategie müssen halt eben gemacht werden. Tastflug. Ah, jetzt hat er sogar keinen Zauberflug mehr. Äh, Zauberleid mehr. Ja, selber schuld, selber schuld. Hätte mal meinen Tastflug predikten sollen, aber nein. Und er ist paralysiert. Perfekt. Das heißt, ich setze erstmal einen anderen Move ein, setze nochmal Strauchler ein und dann geht das Porion Setdown. Wollte ich vorher nicht einsetzen, weil ich glaube, Porion Set wiegt nichts, also macht Strauchler keinen Schaden, aber... Gut. Perfekt. Porion kriegt Setdown und Theatran kriegt einiges an Farben. Genauso wie Daniel und Daniel kriegt auch einen Level-Up. Perfekt. Sogar zwei Level-Ups. Prima. Krometin-Hieb. Ich meine, es ist leider nicht Stern-Hieb und, ähm... Hm. Quetschgriff können vielleicht nur interessant werden. Also, Krometin-Hieb wird nicht erlernt. Bekannter Attacken behalten. Ja, genau. Wir sind ja auch kein Kangama. Grummel. Mensch, was grummelt der denn so? Und wir erhalten einen Lütschi-Bär. Das ist cool. Was macht die Lütschi-Bär nochmal? Ähm. Weil sie ihn bisher bekommen hat von Trainer immer nur Bären. Ups. Ich kann mich erinnern. Ähm. Ach so, er hat den Angerswert. Ach, die Bäre ist das. Ah, okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Danke, dass wir die bekommen haben. Und wir treffen... Äh, kämpfen mal gegen diesen Matrosen. Hallo Matrose. Kämpfen? Gegen mich? Ja, natürlich gegen dich. Gegen wen denn sonst? Ach so, er ist ein Illumina-Gangster. Monty. Oh shit, und er hat einen Lammus. Das ist cool, aber das sollte man eigentlich Luftschütten können, bis es K.O. geht. Also, kein allzu großes Problem. Ähm, also setzen wir einfach mal Luftschütten ein und hoffen, dass wir das Ding dann ausnehmen können. Beziehungsweise mit zwei, ich glaube, eins wird... Oh Gott, das macht ja gar nichts. Aber wir können flinchen. Und Daniel ist ja bekannt dafür, dass er togekiss und jirachi in der ersten Season-Arts in der DPL. Also passt das doch auf, Finte. Oh nein, das ist sehr effektiv. Das macht so einen guten Schaden. Wow. Ich dachte, das Ding hätte keinen Füßen. Ein bisschen Angriff, aber... Ja, nicht allzu schlecht, aber Alarmus geht auf jeden Fall down. Und ja, Problem gelöst. So, wir levelnnen unser Latius jetzt auch auf und Kangama kommt rein. Oh shit. Wenn ich jetzt den Kangama-Need nach der Frieda, das andere Pokémon, die das uns immer getrickt hatte, dann nimmt man ein kleines Problem, aber ich denke mal, der Dornpun sollte safe sein. Haben wir die gute physische Defensive und sollten in jedem Hit tanken können. Mal sehen, was er da machen wird. Gut, Alex kommt rein und er setzt den Diebeskuss ein. Oh, ich habe einen speziellen Angriff und wollte dann irgendwie so tun. Also, oh, jetzt der Aufruhr, das soll trotzdem mal nämlich machen. Genau, weil Kangama-Spezialangriff ist nicht so gut. Und das heißt, wir sollten uns den Menka-Kp wieder zurückgeben. Kangama hat ja auch mal Fliegerp und... Ja, wir sind wieder voll. Ah, fast voll. Na gut, wir werden, glaube ich, noch nicht ganz voll durch Aufruhr jetzt werden. Aber das sollte passen. Immerhin sind wir einigermaßen voll und das passt dann noch. Ich weiß nicht, ich finde Holzgeweih passt auch so ein klein wenig zu drüben. Na gut, wenn man das Holz-Hörner nennen würde, weil ein Geweih hat er ja nicht. Aber es ist trotzdem cool, es ist trotzdem cool. Und Alex in Level 20, perfekt. Gut, ähm... Ja gut, lernen wir was. Dann geht der nichts und Daniel erreicht Level 14. Prima. Ähm... Okay, Workback. Oh, das sind doch nette Aussagen. Danke, dass du uns an sowas teilhaben lässt. Ähm... Wir könnten in das Strand ausgehen. Ich meine, die waren sogar ziemlich stark. Wir finden es einfach raus. Ähm... Hallo? Langweilige Kämpfe sind reine Zeitverschwendung. Es sind die leidenschaftlich feuren Kämpfe, die Trainer und Pokémon weiterruhen. Ich weiß nicht, vielleicht was riskiere ich, was wenn die so auf Level 20 sind, die Pokémon. Aber es kommt in Samurzel. Also in Samurzel sollten wir noch besiegen können mit Latios. Das heißt, wir drücken auf mal Luftschwind und dann geht das Samurzel down und es ist Level 15. Ja, das passt auch. Überbrückung. Oh nein, das heißt, er kann... Er kann Boomwurst gegen mich einsetzen. Wie schlimm. Luftschwind sollte aber Samurzel eigentlich auswirken. Und... Das tut es auch. Samurzel geht down. Perfekt, perfekt, perfekt. Und... Ähm... Das ist doch nicht schlecht, liebe Planscherin. Ähm... Ich denke, wenn ich heimel kurz mal Latios hoch, dann kämpfen wir mal gegen ein paar andere Trainer noch. Und schreiten dann auch mal voran. Ich glaube, ich kann mehr Tränken mehr, warum auch immer. Da hab ich wohl alle aufgebraucht. Äh... Warte... Hallo. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf hast, bist du bei mir genau richtig. Okay, auf das Angebot kommen wir vielleicht anders mal zurück. Herr Arbeiter. Okay. Und es ist Pupanz. Okay. Ähm... Hm. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt Aqua-Hoblitz einsetze, kann ich danach wechseln. Das finden wir jetzt raus. Aqua-Hoblitz. Und das sollte definitiv ein K.O. K.O. ist Pupanz sein. Tja, auf Wiedersehen, Pupanz. Und mal sehen, was er da jetzt reinholt, wenn es jetzt ein Despoter ist und er... Oh, sieht man. Ja, gut. Ich meine, wenn er einen Despoter reinholt und... Ne, ich kann... Ich kann ihn auch nicht wechseln. Was hat er zu einem? Oh, Wirbelwind. Er hilft mir aber. Er holt meinen Pokémon raus. Perfekt. Und es kommt Alex rein. Unser... Ja, Don Phantasult. Setzen wir einfach mal in den Dachschweif ein und treffen das Ding einfach mal stark. Äh, weil Lücken hat halt nur, ich sage, die Physik-Defensive ist, ja. Was problematisch und Hypno geht auch dauernd perfekt. Ja, das läuft auch gut. Und damit erreicht Lippen 15. Klasse, klasse, klasse. Mit Daniel muss ich für uns kämpfen, weil ich den EP-Teil jetzt nicht anhab. Das ist vielleicht einer der Probleme, weil... Aber man kann ja mal jedes Pokémon... Äh, ne, man ist dazu gezwungen, jedes Pokémon zu benutzen. Also ist es doch gar nicht so schlecht. Ähm, okay. Careversammler mit Simon... Äh, Simon und ein Pico-Chiller. Okay, da wird sich der Cringe jetzt freuen, aber... Der ist nicht hier. Wir drücken jetzt einfach mal... Quetschkopf. Ich muss eben mal gucken, wie Schaden das macht. Ich meine, das hat jetzt auch nicht so einen schlechten physischen Angriff. Ich meine, der Spezialangriff ist natürlich deutlich besser, aber... Na gut. Hat gar nicht mal so wenig Schaden gemacht und leider bin ich gekillt. Ähm, ich glaube, der nächste Quetschkopf sollte ihn aber killen, außer das macht jetzt so 20 Schaden oder sowas, aber... Ähm, das Pico-Chiller geht down. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Kölschkopf genau funktioniert, aber... Na gut, du benutzt es auch im Competitive eigentlich gar nicht, deswegen. Ich habe verloren und ich werde deswegen aber nicht anfangen zu heulen. Okay, das ist gut, das ist ratsam. Weil sonst hält dich jeder für ein kleines Kind und das will man doch nicht. Hallo, werte Dame. Ich war schon ewig auf mein Essen. Das verhagelt mir meine Laune auch mal richtig. Ja, ich werde mal gleich mit dem Besitzer hier sprechen. Das geht echt nicht. Also Leute auf ihr... Oh, ist ein Schwarzkopf. Hups. Entschuldigung. Ich würde gerade sagen, eine Dame auf Essen warten lassen, aber... Dann scheinbar nicht. Jetzt habe ich übrigens Angst, ich werde auswechseln, weil ich möchte nicht, dass das Ding einen Drachenmuff hat. Uh, Hagellarm. Gut, dann werde ich in den Hagelbuder wechseln. Äh, obwohl habe ich irgendwas, um das sehr effektiv zu treffen. Ich meine, ich habe Benni was... Aber ich glaube, Benni ist fein, weil Benni ist ja ein Fehltypen. Falls er jetzt einen Drachenmuff hat, dann... Ja, blocken wir den einfach. Ich habe einfach Angst, dass das Ding irgendwie einen Wutanfall hat oder sowas. Das wäre echt schlecht. Aber es kommt ein Schlitzer. Ja, gut, den können wir easy tanken und... Sogar mit einem Crit. Ja. Lucky, lucky. Wir setzen einfach mal Dampfwalt oder Überschalknall. Komm. Wir setzen einfach Überschalknall. Wir interessieren uns nicht und wir drücken einfach Überschalknall und machen Superschaden. Blitzschlag. Uuuuh. Okay. Hallo, ähm... Wer ist das Vieh? Hallo, Sekrom. Ja. Gen 5 Legis. Ich bin... Nicht so der Experte von denen. Ich weiß nicht. Habt ihr auch noch nie... Wo wir nur zu Recht haben. Ist, glaube ich, aber auch so richtig schlecht ein Mober. Deswegen, keine Ahnung. Und Sekrom ist halt so... Seitdem Primal Ground und da ist auch doof. Weil du kannst halt nicht mehr Volt wechseln, weil... Dann kriegt er einen Freespitch und dem will es halt keinen Freespitch geben und... Ah, ist alles problematisch. Aber Daniel erreicht Level 16. Perfekt. Blutsauger. Aber Daniel mit den guten Strategien... Ne, ähm... Das erlernen wir dir mal lieber nicht. Äh... Du kannst deine Attacken so behalten. Ja, Daniel. Sei nicht traurig. Das passt schon. Ich will was essen. Jetzt. Ja, ich will jetzt mal mit dem Besitzer reden. Das kann echt nicht so angehen. Ja. Lieber Herr. Ich muss ihm mal zur Rede stellen. Ich bin im Seizeit des Strandshauses. Du kannst ihm es dämmer zu mir sagen. Ich habe nichts mehr als heißen Puppencamp zu sehen. Zeig mir das hier. Aber du sollst den Leuten was zu essen bringen. Ich soll nicht Puppen... Ach, egal. Hey, Duda. Was schaust du mich so komisch an? Du willst mir doch nicht etwa mein Eis klauen? Ähm... Doch, genau das hatte ich eigentlich vor. Aber gut. Hallo, Wanderer Bärt. Ein Lady ankommt in den Kampf. Interessant. Okay, da haben wir definitiv die Taktik, um das zu besiegen. Wir drücken einfach in den Luftschlund und sollten das Ding ausmachen können. Das sollte kein Problem sein. Und, ähm... Ja, gut. Das machen wir auch. Und wir drücken das sogar aus. Obwohl es sogar gar nicht mehr so eine Spezialdefinisive hat. Das Problem an Liedern ist halt eben, die anderen Sätze sind halt doof. Aber... Guck mal, da kommt ihr in den Kampf. Was wird das denn? Wir setzen einfach Aquaropitze ein. Wir interessieren uns nicht. Und wir müssen immer super. Du und alle. Ist das nicht Käfer? Aber es macht nichts. Na gut, dann ist es irrelevant. Dann drücken wir jetzt Aquaropitze. Aquaropitze ist auch einer dieser Pokémon, die irgendwie so... Ich kann auch nichts gönnen. Ich weiß nicht. Ich brauchte halt keiner. Aber gut, guck mal, da geht down. Perfekt. Und, ähm, ja. Ich bin auch kein, der Aquaropitze wirklich mag. Aber... Wie bist du denn drauf? Hä? Was ist denn das Problem? Gib mir jetzt das Eis. Hallo? Egal. Er gibt uns was, hat er gesagt. Das waren wirklich brandheiße Pokémonkämpfe. Ich bin mehr als zufrieden. Als Dankeschön möchte ich dir ein Geschenk machen. Ein 6 Fraschen Sprudel. Yay. Dankeschön. Ähm, na gut. Wenn die Mendoors, dann kriegt das jetzt Sprudel. Yay. Gut, gehen wir mal ab nach Gaviport City. Hallo. Oh, wir sind aber schon beim Markt. Stimmt. Ja, hier kann man allen möglichen Kram kaufen. Ich habe kein Interesse, wenn ich ehrlich bin. Warte, gibt der mir hier TMs? Ja, was gibt der mir für TMs? Hallo. Klauenwitzel Donnerwelle vertraut. Donnerwelle. Nein, nein, nein. Ich heg nur mir immer Donnerwelle. Einfach weil... Warte, haben wir denn? Nugget oder sowas, was ich verkaufen kann? Einfach weil... Ich weiß nicht. Es ist halt... Ich möchte meine Gegner nicht hacken. Ich möchte sie einfach besiegen. So, wie man das eigentlich immer machen sollte. Warum nicht nur... Ich halte einfach mal den ovalen Schein. Vielleicht können wir den einfach mal gebrauchen. Das passt schon. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt ein Geldnöten. Wir haben ja auch noch genug Bälle und so weiter. Das passt schon. Und hier ist der Pokémon-Fanclub. Kriegen wir nicht irgendwas? Ich meine, in fast jedem Spieler kriegt man was im Pokémon-Fanclub. Also... Moment. Aha, das zeigt mir mal... Hallo, Mario. Hallo. Ähm, ich bin der Vorsitzende. Ja, ja, die wichtigste Person. Kriege ich was oder nicht? Das ist die Sache. Ähm, ja. Okay. Achso, ich... Ja, vermutlich, wenn mein Pokémon Max Happiness hat, dann gehe ich da hin. Kriege ich irgendwie... Irgendeinen Shit. Aber gut, wir halten jetzt erstmal unsere Pokémon und schauen uns da weiter in Gravitport City um. Ich weiß gar nicht, was die daraus gemacht haben in diesem Teil. Ich habe euch keine Ahnung. Ich glaube, hier ist ja immer noch die Arena. Aber... Keine Ahnung. Ich glaube, hier sehen wir diese... Wettbewerbs... Da, aber da. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich weiß, dass... Ähm... Viele Leute, die gemocht haben... Online... Ich habe aber keine Ahnung mehr. Oh. Hallo, Team Aqua. Felix, sind wir uns schön. Okay, dann stellen wir uns hinten an. Na? Warum stehen wir nicht alle an? Wir stehen am Abend. Nein. Äh, wir haben keine Zeit für sowas. Wir schauen uns hier mal um. Na stimmt, wir müssen hier doch... Ne, wir müssen noch nicht rein. Ach, guck, was war hier nochmal. Wir vergeben jetzt hier mal rein. Ich glaube jetzt... Ne, ist noch nix. Okay. Ne, wir sind zu früh. Moment. Ähm, ich muss überlegen. Wie war das jetzt um Story-Techniken? Ich... Ich... Ich glaube, gar keine Arena. Ah, ich ist ein Namensbewerter. Gut, erstmal glaube ich, gibt es hier anscheinend keine Arena. Aber ich glaube, ich muss jetzt nach... Genau. Ich muss hier rein. Dann muss ich mit dem Typen sprechen. Und dem genau die Pläne geben. Irgendwie sowas war das. Ne, die Idee war uns. Oder irgendwie sowas. Ähm, wenn das hierhin gehört und das da hin. Wo gehört das hier hin? Und was ist mit diesen Linksbums? Ah, da soll man nicht verrückt werden. Hm. Hm, wer ist da? Hallo, ich bin Bootmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, sind das da? Sind das da die Devon-Bahn? Aber ähm, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist gerade nicht da. Ja, genau. Kannst ruhig nehmen. Ähm, Moment, was... Was war da? Verdammt. Genau, im Museum, da war was. Ja, das war anfangs wirklich für mich als kleines Kind schwer. Weil ich wusste nicht, dass ich da rein musste. Und ich bin eben mal rumgelaufen und hatte keine Ahnung. Das musste ich erst nachher rausfinden. Aber jetzt können wir ins Museum... Ja, jetzt stehen die auch nicht mehr an. Und jetzt können wir einfach reingehen und mal sehen, was hier so ist. Ja, ich glaub, die haben... Ich hab das Gefühl, da könnten gleich ein paar Team Aqua Leute sein. Ah, zum Empfang. Ja, dann zahle ich mal 50 Pogodollar. Den möchte ich eigentlich nachher wieder zurückhaben. Aber gut. Ja, ähm... Hallo Team Aqua Loots. Die haben sich gewaltsam Zugriff verschafft, weil die keine 50 Pogodollar haben. Kann ich nachvollziehen. Und ja, hier ist gar nicht... Hier ist einfach alles ausgestorben. Ich glaub... Moment. Hä? Bin ich hier richtig? Ich bin hier immer noch falsch. Nein! Moment. Ich bin bad. Moment. Warum höre ich meinen Leuten nicht zu? Gut. Müssen wir jetzt hier zum... Dingsbums. Zum Schiff. Müssen wir wieder zurück. Gut. Ich rede nochmal mit dem Typen. Oder ich gucke nochmal beim Wettbewerb. Ich meine, da wäre irgendwas. Aber nicht im Moment. Ja gut, dann gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück. Gucken nochmal, was er sagen wollte. Ich sollte nicht skippen, was der da sagt. Ja gut. Ich kenne mich bestens aus mit dem Plot. Wie man merkt. Das... Okay, gut. Ähm... Käpt'n weg ist wieder ins Ozean. Ach, das war der Typ, der da oben stand. Nein! 50 Poco-Dollar in den Sand gesetzt. Ach, Mann. Ich bin ein Idiot. Ich war schon richtig. Gut. Ich hab mich ja gewundert. Ich hab gedacht, er wäre ein Team Aqua Trainer gegen mich kämpfen müsste. Und dann irgendwie... Wäre was. Aber nein, ich muss einfach nach oben gehen. Und dann gebe ich dem Käpt'n-Brick einfach mal den Kram. Hallo, Käpt'n-Brick. Na, ist alles klar bei dir? Hä? Kann ich dir helfen? Suchst du nach, Brick? Tja, dann musst du nicht weiter suchen. Das bin ich. Ah, das müssen die Bauteile sein, die ich bei Mr. Trumb von der Devon Corporation bestellt habe. Großartig. Vielen Dank. Jetzt kann unsere Expedition endlich losgehen. Aber da kommt Team Aqua. Hehehehe. Lass die Bauteile rüberwachsen. Aber Dali. Was? Was seid ihr? Wer seid ihr? Wir sind hier im Aqua. Unser Boss ist scharf auf diese Bauteile. Also labelt kein Kotelett ans Ohr und lasst die endlich rüberwachsen. Okay. Ne. Das nähe ich hier nicht ein. Backpacker-Rüpel. Ein Elizeber kommt rein. Das werden wir, die sie besiegen. Als ob das ein Problem wäre. Ein Elizeber. Mal ganz im Ernst. Wir haben Daniel. Und Daniel wird jetzt mit dieser Aqua-Hobitze das Ding in eine andere Dimension spüren. Und ja. Gut, Aqua-Hobitze und das Elizeber geht down. Ich weiß gar nicht, wo so ein Problem ist. Okay, haben wir ein Problem gelöst. Ah, leider noch nicht Level 17. Was macht schon? Ark. Ja, Ark ist immer ein guter Kommentar. Ark. Fertig gemacht. Von einem Kind. Was für eine Pleite. Das schmeckt dem Boss bestimmt nicht. Was kannst du eigentlich drüber schlafen? Da muss ich eben ran. Ich bin in der stärkeren Liste von dem Aqua. Äh. In der stärkeren Liste von dem Aqua stehe ich auf Platz 27. Okay. Was heißt Platz 27? Das heißt, ich werde dich absolut weghauen. Oh, Team Flare-Rüpel. Was bist du denn ein Team Flare-Rüpel? Warum sind die alle von Team Flare? Okay. Ein, ähm, Dings kommt rein. Wie heißt es? Routena. Genau, Routena. Ich möchte halt nicht Aqua-Urbitzer rein, äh, einsetzen für den Fall, dass ein letztes Pokémon irgendwie gefährlich gegen mich sein könnte. Und, äh, Kreutsche. Uh. Aber das macht halt nix. Was das Gute ist, das heißt, wir setzen so Luft schon ein und kehlen dann das Routena. Und das nächste Pokémon sollten wir eigentlich auch relativ einfach besiegen können. Aber erst mal sehen, was das werden wird. Erst mal lernen wir aber natürlich ab. Werden Level 17? Perfekt. Gut, gut. Ähm, Kriegenspeak, Kriegenspeak, Perfekt. Und zur Finstens-Pokémon. Download, oh shit. Und er kriegt den Attack-Boost. Gut, falls ihr jetzt den physischen Geist mitfadet, wäre das doof. Ich bezweige euch immer mal Aqua-Urbitze und, komm. Ähm, Aqua-Urbitze, wir machen guten Damage, denke ich mal. Wir knocken nicht aus Wuchtschlag, ja. Wuchtschlag. Und er misst natürlich, ja. Nicht mein Problem, Wuchtschnitt und wir knocken das Zölfels aus. Hehe, okay. Aber selber schuld, dass er Wuchtschlag hat. Ähm, hätte man noch Gatsik als Randomizer-Fähigkeit aussuchen sollen. Wenn er wirklich hätte treffen wollen, würde er aber, hat er nicht. Also, nicht mein Problem. Gut, was? Ich stehe auf Platz 27 in der Stärke range von dem Aqua und trotzdem sehe ich den kürzeren. Äh, und jetzt? Neben ohne die Bauteile abhauen, können wir uns auf was gefasst machen. Arg. Ich glaube es einfach nicht, dass uns eine irgendeine dahergelaufene Göre die Suppe versalzt. Ich eigentlich schon. Und da kommt der Boss. Okay. Hallo. Oh Mann. Ich hatte mich schon gewundert, warum mir Chaoten so lange gebraucht, um einen mickrigen Koffer zu klauen. Und jetzt muss ich sehen, dass ihr euch von einem elenden Blag, äh, ups, Balk vorführen lasst. Hm. Für einen Rotzlöffel wirkst du ziemlich gewieft, Kleine. Du bist wohl doch nicht bloß ein stinknormaler Möchtigentrainer. Ich heiße Adrian. Ich bin der Anführer von einem Haufen Blindgänger wie den da. Zusammen sind wir Team Aqua. Schon gewusst, Pokémon, Menschen und alle anderen Lebewesen haben ihren Umsprung im Meer. Die ist doch hoffentlich klar, was das heißt, oder? Bingo. Das heißt, dass kein anderer Ort auf diesem Planeten für Lebewesen so wichtig ist wie das Meer. Aber wie behandeln wir Menschen die Meere? Wir holnieren sie, indem wir unseren Müll hineinkippen. Wenn wir fleißig unser Ego streicheln, geht der wichtigste Teil des Ökosystems langsam vor die Hunde. Hätten wir mich als Einziger unter den Folgen zu leiden, wäre das wohl die gerechte Strafe. Aber denkt auch nur einer von uns an die Pokémon. Viele von ihnen verlieren wegen uns ihren Lebensraum. Wo sollen sie in Zukunft existieren? Wo sollen die ganzen Kabardora hin? Oder ihren Nachwuchs aufziehen? Die Pokémon sind unschuldig und trotzdem müssen sie für unsere Fehler büßen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Eine Welt der Ungerechtigkeit, sage ich. Ja, das sagt aber jeder. Ne, ich kann und will das nicht akzeptieren. Deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Ich werde die hürdenlosen Taten der Menschheit ungeschehen machen. Und alles in meiner Wacht stehen tun. Damit das Meer und die Natur wieder so werden, wie sie früher immer waren. Das wird halt nicht funktionieren. Wir haben viel zu viel Scheiß schon in die Meere reingetan. Aber genug davon. Ich will hier nur umwählen lang reden. Heute lasse ich dich nochmal ungeschoren davon kommen. Aber ich sage nur eins, Kleine. Wenn du noch ein einziges Mal uns in die Quere kommst, musst du mit ernsthaften Folgen für dich rechnen. Oh, gibt's dann eine Abmahnung? Sag hinterher nicht, ich hätte dich gewarnt. Und jetzt los, ihr Blindgänger. Wir müssen weiter. Ich glaube, der wird ja mal ein Video striken. Der geht dann zu YouTube und... Oh, Mann. Da ist der Angst vor, Werte. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Ach, FLG heißt du also. Wow, das wäre eben echt brennend. Ich danke, dass du mich gerettet hast. Ja, genau. Nimm hier bitte die Teile. Okay? Hoppla. Ja, ja, ja. Du musst weg. Das ist gut. Das ist perfekt. Tschüss. Hau ab. Auf Wiedersehen. So viel Story. Okay, gut. Ich wollte... Ah, jetzt sind übrigens auch plötzlich Leute da oben, ne? Gibt's mir was? Ähm... Ja, ich erzähle gerne was. Oh, was? Nein! Ähm, wie leitet ihr denn deine Antwort? Ähm... TV, ich weiß auch nicht. Das soll nämlich im TV natürlich ausgestrahlt werden. Indogene Geschichte, ich weiß. Das ist total toll. Total super. Also, wunderbar rührend und so weiter. Ja. Gut. Ähm... Das hätten wir erledigt. Das war easy. Gibt's da... Nee. Dann erinnere ich mich einfach an vermutlich irgendeine andere Stadt, wo es da Leute gab. Aber ich möchte auch diese Wettbewerbe nicht machen. Also passt das schon. Wir gehen nach Norden und... Oh. Was möchten die denn? Aha! Jetzt aber. Ich hab mir schon gedacht, da war doch was. Stimmt, das mein ich. Das mein ich. Ich mag die nicht. Ich weiß nicht. Die wird mir zu sehr gehypt und... Nee, das interessiert mich einfach nicht. Ich... Ich finde das einfach... Keine Ahnung. Ich bin kein Contest-Fan. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Whatever. Talent suchen. Das ist schön. Mit dem zu deinem Freund. Ja, keine Ahnung. Es ist mir wurscht. Es war in den Originalen Teilen nicht drin. Mich interessiert das nicht. Oh, bitte nein. Nein, nein, nein. Nein, nicht ich. Nein. Ich möchte aber nicht... Nein. Bitte dräng mich da nicht rein. Nein. Ja, toll. Jetzt bin ich im Fernsehen und muss einen Wettbewerb mitmachen. Was soll das denn? Jetzt kriegen wir ein Poker-Regel-Set. Och nein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Gib mir lieber deinen Altarion. Damit wäre ich viel lieber zufrieden. Okay? Ja, ein neues Abenteuer für mich. Ja, warum lächle ich denn da? Ja, ach Gott. Na super. Na toll. Na toll. Warum mussten wir hier reingedrängt werden? Nein. Okay. Was wird mein Vater von mir denken? Hehe. Okay. Ach, der interessiert sich eh nicht für mich. Nein, wir machen nie einen Wettbewerb. Das steht nicht zur Frage. Das klingt... Das ist keine gute Idee. Hey. Was soll ich tun? Stolzstratz, du gehst über den Radweg zu Fuß. Okay? Hier kriegen wir uns einen neuen Encounter und wir finden ein... Ein Voltilam, das ist cool. Ein kleines Mega-Amphros nachher. Das wäre cool, das wäre cool. Luftschön sollte das Ding definitiv auch nicht ausmachen. Also setz ich es mal ein. Und macht irgendwie Schaden, das macht... Voltilam, der Tank. Aquaknabe. Uh. Ich muss mal gucken, wann wir den Amphros mieten bekommen. Weil so ein Mega-Amphros im Team wäre nicht schlecht. Das wäre richtig cool. Gut, ähm... Ja gut, das sollte genug sein. Kameradschaft. Was macht das? Oh. Der Angriff sinkt. Das ist doch ein netter Move. Gut, wir werfen einfach mal einen Pokéball, weil das ist ein Voltilam. Das sollte keine zu hohe Fangrate haben. Und... Ja gut, perfekt. Voltilam-Innenball wäre nicht schlecht. Aber... Oh Gott. Flammen! Oh Gott. Jetzt müssen wir es eben tief fangen, weil das Ding... Gibt sich, glaube ich, zu viel Recall mit der Zeit. Und Flammen wird zu... Mega-Amphros wird ziemlich cool. Also... Das möchte ich haben. Pokéball los und komm, 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 komm. Bitte, bitte, bitte. Eins. Nein. Mutu, du. Dann werde ich jetzt den Superball einsetzen, weil ich möchte das Ding wirklich haben. Und es kann nicht passieren, dass das Ding sich selber killt. Ein Pokémon hat sich schon mal selber killt gegen uns und... Wir wollen nicht, dass das nochmal passiert. Ähm... Also gut. Ü... Äh... Nicht Superball. Superball los und... Zwei. Drei. Perfekt. Damit haben wir den Voltilarm gefangen. Klasse, klasse, klasse. Okay. Gut. Ähm... Unsere Lattdienst ist Level 18. Das ist perfekt. Und... Ähm... Ich muss auch mal gucken, wo wir den... Äh... Wo wir den Amphoros nebenbekommen. Aber... Das von anders. Ähm... Erstmal... Yay. Voltilarm. Perfekt. Ist für nicht bekannt. Wenn wir den Befehlenspitzen haben, gebe ich. Ich überlege kurz mal. Na gut, komm. Ähm... Wir benennen das Ding nach Son Goku. Ähm... Ja. Warum? Wegen dem dreifachen Super Saijin. Darum. Meine Güte. So. Ist auch natürlich ein treuer Zuschauer. Son Goku. Immer... Der beste Zuschauer gewesen. Ähm... Oh, was war die denn hier? Ähm... Das geht zum Schotbeck. Ja, genau. Das ist schön. Dann geht ihr mal los. Und... Ja. Wir haben Son Goku. Das wird cool im Team. Mit dem wir kämpfen jetzt noch so gegen... Die eine Trainer. Und dann beenden wir aber auch mal den Part. Den werde ich mir die Aufnahme ansehen. Weil... Mit dem Gott gab es ein paar Geräusche. Und ich bin was krank. Also mal sehen, wie dann die Aufnahme gewesen ist. Aber... Gut. Es kommt ein Meluetta. Und das ist sehr cool. Aber nicht so toll für mich. Ähm... Wir gehen einfach mal an Sensory. Sensory. Haben wir bisher noch keine... Haben wir bisher in diesem Paar noch keine Liebe gegeben. Also wechseln wir da rein. Und dann sollten wir das hinfangen können. Und... Dann passt es doch. Hagel-Alarm. Und... Mal schauen. Ähm... Giftstache. Uh... Predicted. Resistenz. Und... Ja, vergibt mir nicht. Perfekt. Das Problem ist, unser einziger Angriff ist natürlich, ähm... Moment, wir haben Fege-Kick. Wir haben Fege-Kick. Kraxler. Oh shit. Er hat Normal-Stat. Oh, das macht sogar guten Damage. Aber Fege-Kick kommt und... Das macht keinen guten Damage. Aber wir haben immer noch, ähm... Fels-Grab. Und das wird ja trotzdem gut rein. Und so passt das. Fels-Grab. Und go. Senken wir auch sein Speed. Ich meine, anscheinend... Hättet wir das nicht brauchen müssen. Aber wir tun es einfach trotzdem. Giftstache kommt. Tangen wir aber natürlich easy. Und wir werden nicht vergiftet. Weil Sensory wird einfach nicht vergiftet. Und jetzt setzt man mal Schnabel ein. Und Killen das Ding. Sicher, weil wir können, glaube ich, mit einem anderen Move sonst missen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also Schnabel und Meloetta geht down. Perfekt. Schau, Meloetta. Tolles Pokémon. Kriegen eine Menge Erfahrungspunkte. Und Sensory wird das nächste Pokémon. Ich auch besiegen. Aber es kommt Logo in den Kampf. Na, da müssen wir einfach hoffen, dass Schnabel ausreicht. Komm, Sensory. Sensory. Das macht ja gar nichts. Viskosität. Oh nein. Minus Speed. Ohne Wert. Ohne Wert. Ohne Blick. Okay. Jetzt können wir eh nicht wechseln. Jetzt müssen wir einfach hoffen. Komm, der hat doch eh nichts. Der hat doch nichts. Der hat doch nichts, um mich zu treffen. Hallo. Das ist Logo. Tolleskurs. Ja, Mist. Perfekt. Schnabel. Und Logo geht down. Auf Wiedersehen. Tja, ich habe halt eben den besseren Starter gepickt. Und es hat sich aktiviert, aber mir nicht ein Minus Speed gegeben. Warum auch immer. Aber gut, ich habe halt eben den besseren Starter Problem gelöst. Und ja. Isabel wurde besiegt. Problem gelöst. Und hier ist... Ah, das Rätselhaus. Das war immer lustig. Komm, jetzt machen wir mal. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Oh, das wusste ich gar nicht. Hallo. Ja, du bist Rätselmeister. Hallo. Ja. Das wollte ich früher immer machen. Immer das Rätselhaus. Und wir erhalten eine Fluchtzeit. Perfekt. Ja gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal... Ich glaube, lebe ich es nach vorne, weil das hat in diesem Part noch nicht viel Liebe bekommen. Und dann gehen wir mal durchs Rätselhaus. Und werden das einfach mal kurz machen. In diesem Part noch. Ich meine, der Part ist zwar schon... Ähm, ja. Leid fortgeschritten, aber ich glaube, das sollte nicht so lange. Da war das erste Rätselhaus. Yay. Okay. Ähm. Oh. Wir haben keinen Zerschneider. Dann ne, übrig. Dazu sehe ich das Problem. Gut. Das wäre es dann mit dem Part. Ich möchte gerade nicht zerschneiden, aber übrigens, wenn ich es nicht muss. Und... Gut. Dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich. Ähm. Dann mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Jo. Und ich sage dir mal, bis dann. Und tschau. Und tschau. Und tschau.